so zweiter versuch und ich war so schön pünktlich ich bin mal gespannt ob es jetzt funktioniert meine lieben halli hallo servus aus augsburg halli hallo halli hallo ja jetzt sehe ich doch hier die ersten zuschauer servus bis gott hier ist der gimbal tobi mit dem gimmel wie immer im bild und zwar aus augsburg und da stehe ich ganz gerne alle paar wochen hier auf dem campingplatz servus ingo halli hallo das ist der bella augusta da habe ich mal ein video gemacht vor ich glaube eineinhalb jahre ist es hier und jetzt schauen wir mal ob man das geben noch ein bisschen aus dem weg bringen für alle die das gimbal nicht so toll finden so der lutz servus grüß dich gott ich war so pünktlich und irgendwas hat nicht geklappt und deswegen jetzt der zweite versuch und dann klappt das doch das ist doch mal schön ich hoffe ihr habt einen schönen nachmittag gestern war hier das wetter super da hat man blauen himmel und ihr seht jetzt ist sogar ein bisschen sonne rausgekommen also es regnet nicht und es ist eigentlich angenehm viel zu warm für die jahreszeit aber das kennen wir ja in diesem schönen jahresbeginn 2020 und ich sitze auf meinem lieblingsplatz der ist immer die treppe oder die stufe oder eben der einstieg zum jeweiligen wohnmobil und du warst gerade radeln sehr schön und ihr habt immer noch sturm hallo hallo servus die wick aus hilltown und jetzt gehe ich mal auf die chats weniger ein sondern auf das schöne fahrzeug das ich letzten freitag holen durfte in der nähe von jubiliana auch laibach genannt und ich war ja bei tournee vielen dank für das für diese immensen zahlen in den letzten 48 stunden ihr habt euch das so schön angeguckt hier hat mich jemand auf der autobahn gesehen mit einem wohnmobil sehr gut mit wohnmobil oder dem neuen kastenwagen das ist jetzt keine frage vorab war und schon 66 menschen darauf ja das ist ja so war hallo liebe leute das ist ja gigantisch grüße aus der ich kann es hier echt schlecht lesen wir gehen auch gleich jetzt in den tournee rein ja ich denke mir sind ein hoffen fragen aufgelaufen da können wir heute mal ein bisschen drüber sehen warum wieso weshalb das ist ja auch immer das wiederkehrende es gibt viele neue zuschauer und ja und da gibt es natürlich viel erklärungsbedarf weil wenn jemand hört dreieinhalb jahre 25 fahrzeuge da muss ich das erst mal richtigstellen das sind sechseinhalb jahre insgesamt jetzt im wohnmobil dreieinhalb jahre davon youtube und da hat sich natürlich vermerkt dass ich öfter mal oder vermehrt dass ich öfter mal umziehe und keiner hatte gedacht dass sich der camper toby noch mal verkleinert also ich mich selber nicht aber fahrzeugtechnisch und die am meisten gestellte frage die letzten tage in den kommentaren oder persönlich oder direkt war wie willst du das machen mit deinen zwei meter klappt das überhaupt ist es nicht brutal dieser 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 abstieg in anführungszeichen natürlich vom teilintegrierten auf den kasten und ich sage euch eins ich bereue keine sekunde das ist mega erstens das auto zweitens habe ich keinerlei probleme ich gehe immer schon so leicht mit meinem kopf geneigt weil ich ja viel in wohnmobilen filme von dem her schaue ich auf dass ich oder passe ich auf dass ich mir die rübe nicht noch öfter an hau aber das ist richtig richtig cool hallo christian das ist schön zu lesen hallo vielen dank ja mein kanal ist ein bisschen gewinnungsbedürftig das weiß ich und seit der stuttgarter messe gibt es ja auch den untertitel herrlich und perfekt und da bin ich auch ganz froh weil das soll auch den neuen abonnenten gleich mal signalisieren hallihallo ich bin kein filmprofi ich möchte einfach nur diese ganze landschaft des campings näher zeigen mehr zeigen und deswegen begebe ich mich auch jetzt aktuell aber offizieller status am ersten dritten auf eine einjährige roadshow eine tournee ja mit dem kleinen wortspiel verbunden und werde dort 200 stellplätze 100 campingplätze 11 messen und 33 veranstaltungen besuchen wahrscheinlich wird es noch mehr werden aber das ist jetzt einmal der status quo wie es jetzt losgeht also man findet mich dann jeden tag woanders das geht kreuz und quer hier durch deutschland jeden monat im grunde einmal die große deutschlandrunde auch natürlich mal in die schweiz auch nach österreich auch mal ins ausland da wird es dann urlaubsberichte geben ich werde auch mal mit einem vw bulli rumfahren und ein paar tage in einem luxusliner verbringen ich habe mir auch da vorgenommen nichts auszulassen also haupt wohnsitz fragen mich natürlich viele ist dieses wunderschöne auto und hier ist es ganz ganz toll und ruhig und jetzt zeige ich ich bin so richtig stolz auf mein wieder in anführungszeichen fahrzeug wie man am kennzeichen erkennen kann ist das nicht mein fahrzeug aber die firma tournee mobil die ich jetzt seit monaten kenne und viele videos gemacht habe hat mich gefragt tobi hast du lust dich mal so richtig mit einem kastenwagen zu beschäftigen und da konnte ich nicht nein sagen bei dem angebot was das auto angeht man hat mir den dann konfiguriert mit mir zusammen und ich zeige euch gleich ein bisschen die details bin ich dann auch gern umgestiegen servus übrigens halli hallo ein überraschungsbesuch aus österreich die familie ja ich nenne euch die familie weil du weißt ja hier ich erhebe ja hier den den datenschutz in völlig neue sphären hoppala da hat die sabine noch was verloren also hier hat es ordentlich gekachelt natürlich wie überall und hier liegen überall noch äste rum und ich zeige euch mal den campingplatz der ist natürlich eigentlich jetzt hier auf der touristenseite erst in der hauptsaison gut belegt gegenüber gibt es jede menge dauer camper aber immer eine reise wert das ist richtig beschaulich gemütlich die autobahn hört man vielleicht jetzt ein bisschen aber wenn die bäume dann bewaldet sind hörst du das auch kaum mehr ist ein netter see dabei also liebe grüße an meine zwei freunde die den campingplatz sehr leidenschaftlich betreiben und hier darf ich immer gerne aufschlagen auch meine post hinschicken lassen das ist mal ganz praktisch damit eine deutsche postadresse so jetzt gehen wir mal zum tournee ja ich habe schon 2000 kilometer runter in den letzten sieben tagen die beschriftung und alles hat man mir eben in der firma tourneemobil organisiert und von der ausstattung her ist es ein sechs meter wagen mit eigentlich einem standard grundriss heck querbett und da haben alle gefragt wie kann der camper toby jetzt mit seinen zwei meter da hinten schlafen das geht solange ich in keiner partnerschaftlichen beziehung bin kann ich im bett quer liegen also problemlos ich habe wirklich keinerlei probleme ich zeige euch das bett jetzt auch gleich man hat jetzt ab werk auf die details wertgelegt ich habe mir die produktion angesehen die sind richtig richtig gut aufgestellt arbeiten auf qualitativ ganz hohem niveau man hat mir eine schöne solaranlage drauf gebastelt nicht gebastelt professionell drauf gebaut ich bin ein bisschen lachs mit meinem mit meiner wortwahl gucken ob ihr die sehen könnt und dahinter auch noch eine schöne klimaanlage wenn es mal schön heiß wird das schwarze auto dürfte da aber wesentlich oder eigentlich nicht so stark dazu beitragen weil wenn es warm ist es warm und ob der dann weiß silber oder schwarz ist das sind ein paar grad unterschied und wenn er bei 30 grad in der sonne steht das thema hat man schon oft ich habe das auch schon gemessen dann ist das nicht besonders einschneiden weil ab 28 grad sagt der mensch ihm ist heiß wem versüßteln da hänge ich mal ein video rein das ist ein bettumbau für die die nette da kann man sich dann hier vorne noch ein wirklich sehr großes zusatzbett bauen in vielen der tournee videos auch schon gesehen natürlich die internetadresse drauf wir haben hier den strom ganz stolz bin ich auf diese schicken schwarzen matten alufelgen sieht richtig heiß aus natürlich jetzt endlich mal mit winterreifen vorher war ich nur mit ganzjahresreifen ohne flocke unterwegs hier findet man auch mal gerne in die toilette da ist die außendusche installiert hier könnt ihr elektrisch die klappe des abwassertanks öffnen und schließen das ist dieser kleine kippschalter da unten da braucht man sich nicht die hände schmutzig zu machen und das fahrzeug greifen also das ist die black edition und ja unschwer zu erkennen so dass dieser kleine fast nicht auffallende rückfahrkammer die ein gutes bild macht da können wir ja auf die details dann in einem der nächsten videos eingehen und habe mir jetzt einen trecker eingebaut beziehungsweise so untergebracht dass ihn kein dieb findet der gps trecker ein kleines alarmsystem das habe ich noch nachgerüstet anhängerkupplung ist bei tournee in serie diesen kleinen haken der liegt noch unangetastet ich schätze ich werde hier kein hänger fahren im gasfach zeige ich auch mal gerne wie es bei mir in der heckgarage aussieht da passt mein kleines e-bike noch rein das ich jetzt zurzeit probe fahre von der firma flott dieses die y u e bike da ist gerade der sohn der nachbarn unterwegs dann habe ich eine 11 kilo glasflasche drin die ist deswegen 11 kilo der auffahrteilung des rettungsset wie sie es gehört da unten seht ihr noch mal den haken die gasflasche bedient natürlich den kocher und vor allem auch die wail den wail boiler also wail wie wahl auf englisch und der entwicklung hat sich das werk angesehen größeren bericht gemacht das trifft sich ganz gut da werde ich jetzt demnächst auch mal ein special machen der ist unter dem fahrzeug untergebracht und bedient sich dem gas der hat auch frostschutzschalter das heißt also ich kann im fahrzeug umschalten brauche ich jetzt sofort heißes wasser dann kann der auch sofort heißes wasser liefern das ist nicht wie bei den herkömmlichen boiler geräten oder bei den kombi diesel geschichten wie es zum beispiel trummer verbaut sondern wenn ich heißes wasser braucht schalte ich ein und es liegt sofort heißes wasser an das dauert nur noch ein paar sekunden und das tolle ist natürlich wer gerne duscht das geht auch hier gut in dem fahrzeug der schaltet sich das wirklich ein und kann im grunde seinen kompletten frischwasservorrat hier verduschen es bleibt gleichmäßig heiß ich bediene ich immer hier meiner kisten da ist jetzt die wäsche drin da habe ich meinen schlauch drin während der fahrt ändert sich das ein bisschen da habe ich natürlich meinen tv des desinfektionskoffer beziehungsweise mit der mit dem filtersystem wenn ich jetzt frischwasser zufühe und so frische wäsche noch was ich jetzt oben in den schränken nicht untergebracht hat mein kamera equipment hier drin mein lieblingsgetränk den paulana spezi und hier sieht man noch die außendusche und zwei zusätzliche decken was man halt so mitnimmt aber wie gesagt ich musste jetzt bisschen was beim camper thomas einlagern das heißt bisschen was ich habe mich selber gewundert das waren also gut noch mal zehn kisten roundabout plus minus eins die ich jetzt aus dem teil integrierten raus habe und hier nicht mehr unterbringe der malibu war sechs meter 66 lang natürlich ein bisschen breiter da oben sind jetzt klamotten drin aber ich habe auch festgestellt ich vermisse nichts also in sieben weißt du das dann schon ich habe mich jetzt noch mal minimalisiert ich schätze mit 3,35 tonnen rum mit meinem kompletten lebensumständen das heißt also mit meinen klamotten die ich brauche kamera die tanks voll das rechne ich jetzt schon hier mit dazu ich werde natürlich noch auf die waage fahren und mir geht nichts ab also wie gesagt ich bin hier wunschlos glücklich was über dem bett ganz tolles ist das große fensterchen machen wir mal auf ja seht ihr natürlich kennt ihr natürlich man kann jetzt hier noch ein vorhang rein machen der ist auch inklusive es gibt matratzentopfer die matratzen sind wirklich toll man kann auch das bett natürlich hochklappen das wird jetzt bei mir weniger der fall sein matratzentopfer es sind die richtigen spannende tücher dabei ab werk es sind sogar die federbetten und die kopfkisten neu dabei und so weiter und so weiter also das ist prima ich habe noch einen anschluss für 12 volt lautsprecher hinten drin und zum thema lautsprecher komme ich jetzt gleich noch das ist nämlich sehr interessant ich hatte vorher eigentlich keine markise und keinen ordentlichen navisiever oder ähnliches drin das war ein standard radio markise habe ich sehr vermisst da bin ich froh dass ich jetzt wieder ein fahrzeug mit markise habe die frage bekomme ich auch öfter würdest du eine markise aufs fahrzeug bahn an mein freizeitfahrzeug sage ich unbedingt also jeder der es nicht gemacht hat denke ich hat irgendwann nachgerüstet und gemerkt dass es quatsch ist wenn man wenn man da das sparen anfängt eine markise muss dann aber jetzt kommt die sonne richtig ja thema streaming ihr wisst ich streame gerne beziehungsweise ich streame alles es gibt hier keinen sat tv oder sonstiges mehr und wenn ich schlafen gehe gucke ich mir gerne mal so ein tatrad an oder so was oder habe noch was zu arbeiten dann habe ich hier mein tablet das tablet nehme ich zur navigation auch hier da ist zwar jetzt ein navi drin aber ich navigiere gern mit dem google und dann klemme ich mir das vorne an die scheibe normale saugenabhalterung und komplett flexibel wenn ich im bett liegt das sehen wir jetzt dann gleich noch mal von innen da haben wir noch mal eine steckdose mit 230 volt der tank ist hier dahinter der frischwassertank also seitlich angeordnet wie bei den meisten kasten wegen kasten wegen jetzt gebrauche ich dieses wort schon wieder das hat der in keinem fall verdient machen wir mal zu markise keine beinchen raus die habe ich jetzt das erste mal aufgemacht und euch zu zeigen das ist die omni store das dürfte die 350er sein und da gehen wir jetzt dann von unten nochmal aufs dach rauf also er sieht wirklich schnuckig aus ich hoffe ihr könnt mich hören wenn ich mit dem micro ein bisschen weiter weggehe da passe ich mich ein bisschen an mit der stimme frischwassertankzuführung natürlich hier treppe elektrisch fährt natürlich beim losfahren ein so sollte es sein und dann schauen wir uns das fahrzeug mal an wer es noch nicht gesehen hat das ist jetzt das 2020 modell vom neuen sichtschutzsystem also das ist praktisch man sieht von unten nach oben zu und man hat jetzt hier einen kleinen sichtbereich kannst du jetzt eigentlich nackig drin rumlaufen ja und du kannst aber trotzdem raus gucken und keiner kann dich angucken wer will macht es und ansonsten hast du hier ein bisschen privatsphäre das ist wirklich schön gemacht was hat er denn noch 165 ps der fährt auf dem boxer rum zu dem thema fährt und tournee kommen wir dann in einer gesonderten sendung da führen wir jetzt mal nicht zu weit in das thema laufend oder wie ein glöckchen also im gegensatz zum ducato und ich bin ja viel ducato unterwegs gewesen liebe ich den sound von dem motor und was ich am meisten liebe an dem fahrzeug das war vom ersten kilometer an klar die laufruhe also der ist ganz dicke mit amaflex ausgekleidet und das amaflex hat den großen vorteil ist nimmt diese schwingungen aus dem kasten also ich habe noch nie so einen ruhigen kasten bewegt ich möchte jetzt kein autovergleich pkw vergleich heran führen aber da muss ich in die premium klasse schauen dass ich nicht nur jetzt guten isolierwert habe sondern eben auch diese beruhigung da dröhnt nichts der halt nichts der scheppert nichts von hinten nach vorne und das macht das ganze eben wirklich toll nur isolierung das ist natürlich mitten punkt ich habe es im werk selber gesehen da ist jede ecke wirklich ausgekleidet mit amaflex und unten hat man dann noch mal 30 millimeter boden mit isolierung auch mit einer elektrischen fußbodenheizung die nur 65 watt braucht das ist direkt in der bodenplatte eingearbeitet und geht hier den mittelkanal vor und ich vermisse nichts zum doppelboden von malibu er hält genauso warm ich war jetzt bei minus fünf grad im schneefall gestanden eine ganze nacht und das war alles prima also ich kann hier barfuß aus dem bett gehen und merke keinen unterschied zum teil integrierten der macht es gerade so warm dass es nicht unangenehm müssen das reicht ja schon ja und so lebe ich für die dies nicht wissen manche kennen mich schon von stellplätzen das ist wirklich alles was ich brauche ich habe da oben noch mal ein fach mit meinen kisschen oder alles was man jetzt mal auf die schnelle braucht dann haben wir hier dieses fächersystem in den scheiben das zeige ich euch gleich das ist jetzt ein bisschen sprunghaft man hat es jetzt auch gut gelöst nämlich das habe ich ganz stark kritisiert wie das system verzweigen auf den markt kam man hat diese spiegelecke nicht gesehen jetzt ist das ganze ein bisschen tiefer beim 20 20er und jetzt sehe ich da wunderbar während der fahrt rechts und links raus also hier abgeflacht bisschen ergonomische gestaltet dann gehe ich bloß wieder raus und klemm das da oben rein und verriegelt das ganze oder ein handhilft und schon ist es wieder unten feuerlöscher habe ich immer an bord und meine flasche wasser tränke jetzt mehr wasser als spezies ein bisschen gesünder einzige was ich jetzt vermisse ist vom fiat zum peugeot kann man sich natürlich nachrüsten oder umbauen lassen für gut 100 euro ist hier der aufklappbare halter für das tablet aber dafür habe ich ja was für die scheibe zum hinklemmen geht man hier einfach runter und gut ist das klimaautomatik ist auch immer serie da habe ich mir eine usb reingesteckt für die ganzen handy geschichten ich bin ja hier nur am laden also ich habe jetzt ausgerechnet ich habe eigentlich permanent sechs usb dosen in gebrauch für die akkus vom gimbal von den handys vom rechner und was die restliche stromversorgung angeht ich bin jetzt endlich autark unterwegs wie gesagt mit solaranlage und habe 2 x 95 am per stunden batterie drin da werde ich dann demnächst auch mit dem thema lithium noch mal ein bisschen was erklären und habe einen wechselrichter mit 600 watt und der ermöglicht es mir problemlos und ich habe es jetzt schon ausgereizt ich stand wirklich bei schlechtem wetter letzte woche drei tage nirgendwo am strom hat sich ein bisschen nachgeladen tagsüber obwohl es wirklich duster war und problemlos hat er mir hier genug saft geliefert dass ich mein wichtigstes equipment hier anschließen konnte sitze sind sehr schön konturiert teilleder hat man mir bei turnier eingebaut vielen dank dafür es ist richtig angenehm richtig schön im schönen teppich drin den habe ich nur im mittelgang ausgenommen seht ihr mir hier also das ist für die lauffläche da ist es mit dem besen für mich leichter zu reinigen und das ist jetzt der blick nach hinten 173 leute und 20 likes vielen dank wir gehen auch gleich wieder ein bisschen auf den chat ein und wollte ich aber jetzt erst mein mein schmuckstück zeigen schmuckstück ja ganz lieben kommentar von der nick der heißt immer der nick aber der nikolaus vielleicht schaust dazu bekommen es ist mein neues lebensabschnittsgefährt schöne abwandlung des ganzen und der hat stimmt es ist halt echt ein partner auf den du dich verlassen muss wenn du darin lebst der immer an meiner seite ist der ja der für mich sowohl ein bisschen wohnlichkeit haben muss und das finde ich hier ganz toll weil es ist das ist sachlich das ist modern es ist zeitlos so was kannst du wieder verkaufen ist es hell ist es freundlich und die qualität vom möbelbau ist einfach nur der hammer also ich weiß nicht was ich hier an diesem fahrzeug nur im geringsten kritisieren könnte und mit den zwei meter höhe klar es sind hier eine stehehöhe von 187 glaube ich habe es gemessen wenn ich nicht lüge 187 ich gehe wie gesagt gepückt aber ich komme problemlos damit klar und ich kann mir nicht vorstellen dass mich das irgendwie irgendwann mal nerven könnte wahrscheinlich heule ich rotz und wasser wenn ich mal in ein anderes fahrzeug umsteigen muss haben natürlich hier zwei flammen kocher wir haben hier die spüle wir haben genug stauraum auch noch mal mit integrierten schubladen ich glaube ich mache da jetzt nicht immer alles auf weil ich habe natürlich auch mein zeugs drin da oben ein bisschen lebensmittel da gibt es noch meine steckdose steckdosen übrigens wirklich jede menge man kann natürlich auch noch welche nachrüsten hier stelle ich die diesel heizung ein das ist mehr als easy wie bastow läuft jetzt auf 16 grad eigentlich kann ich jetzt ausmachen weil es jetzt in der letzten halben stunde so schön warm geworden ist man kann auch eine ventilation einstellen die diesel heizung sieht man im video das wir in leipzig gemacht haben unter dem fahrzeug das heißt du hast nahezu keine geräusche im fahrzeug sie stinkt auch bei minus temperaturen sehr wenig klar hast du immer wenn sie anläuft ein bisschen diesel geschmack in der luft aber das staut sich unter dem fahrzeug rein und lässt ja die tür nicht permanent offen stehen also von dem her alles gut erstes wohnmobil mit diesel heizung und alles prima jetzt hänge ich hier am außenstrom außenbeleuchtung wasserpumpe an aus zwei vollkreislauf aufbaubatterie fahrzeugbatterie wassertank und der dimmer fürs bedientanel das ist eigentlich alles ganz einfach erklärt ganz schnuckig finde ich diese kleinigkeit da muss man nicht groß irgendwelche führungen einbauen da seht ihr das ist wirklich schön gearbeitet ganz einfach rein und reinheben und dann war es das und schon sitzt das wackel frei drin kühlschrank kompressor ich glaube der hat 90 liter ja da gibt es eine nachtschaltung dass in der nacht nicht vor sich hinrödel dann ist er extrem leise also eigentlich nicht wahrnehmbar darunter noch mal kleidung kleiderschrank ihr seht also das ist das was ich besitze und teile es in der wäsche hier gibt es zwei winterjacken zwei chempertobi jacken und ungefähr 20 polos habe ich insgesamt fünf ziemlich gleiche hosen das nervt mich selber schon da muss ich jetzt mir mal was neues überlegen für die kommende saison und das ist meine kuschelhöhle und die liebe ich die alexa steht jetzt hier daneben die hängt noch mal da oben im fach aber die ist für mich wirklich praktisch weil ich dir alle termine zurufe und ansonsten habe ich noch mal hier zwei usb die dosen zum laden da oben kann man das bett noch mal einfädeln und ich kann auch die tür dann öffnen wenn ich im bett liegt das ist natürlich sehr angenehm wenn ich ja oder wenn man im sommer da mal hinten am meer steht oder sonst wo und die frische luft durchziehen lassen möchte oder in der früh einfach hinten raus geht wie auch immer dann gibt es hier noch mal die lautsprecher die haben wir vorhin schon gesehen und dann gibt es hier noch mal nachtlicht mit blau und noch mal was dazu dann ist das wunderschön hell die beleuchtung ist super die schalter sind sehr sehr günstig platziert da unten haben wir es für die leseleuchten und dann eben einmal für das ganglicht und einmal für die ambientebeleuchtung die jetzt unter den schränken leuchtet in die stauraum bringe ich problemlos alle meine klamotten rein die kann ich schön legen da muss ich nichts rollen also das ist auch ein riesenvorteil und da haben wir wieder den blick in die heckgarage rein da gibt es dann diese schottwand und da unten passt wie gesagt in der mitte dann noch einmal vorrad rein also alles drin was ich brauche jede menge garderobenhaken wichtige geschichte und hier gibt es die wand ins bad machen wir mal das licht an und die platte nehme ich dann raus beim duschen duschen geht wirklich problemlos und da habe ich auch noch mal eine große dachluge immer praktisch zum entlüften ganz wichtig es ist eine nasszelle aber trotzdem natürlich raus mit der feuchtigkeit großes waschbecken zum duschen nehmen ziehe ich mir den hahn raus und auch hier hinter dem linken schrank mit dem busschlock ist dann noch mal platz für habe ich jetzt nicht aufgeräumt aber macht nichts da sieht man das soll bio das übrigens sehr sehr gerne nehme also weg mit der kippie kann ich wirklich nur aufrufen da gibt es wesentlich bessere mittel die auch günstiger sind ob es aviva oder solvio ist das muss dann jeder selber wissen ja das war mal eine kurze room tour durch mein schätzchen hier der camper thomas hat elliot gemeint das passt so lübelianer wenn ihr ein anderes wort habt oder einen anderen kurzenamen für mein wohnmobil dann her damit ich mache noch eine abstimmung im netz und dann schauen wir mal natürlich werde ich dann auch den namen nehmen den ihr hier vergebt logisch also ich habe hier das kenwood system mit db mit navigation aber wie gesagt ich bin so ein tablet freund ich habe die freisprechanlage ich habe wirklich ein gutes lautsprechersystem verbaut das macht richtig laune ich zeige es euch nur nicht weil dann muss ich gemma zahlen und das geht auf keinen fall die unterstütze ich nicht die geschichte was toll ist ich kann jetzt sowohl hier endlich mal über die anlage meine bluetooth geschichte verwenden sprich handy ich habe auch den rechner im sound system verlinkt sprich also wenn ich jetzt mit ton arbeite über den computer oder auch hier fernseh über wiput tv dann kann ich jetzt den sound über die anlage hinter mir laufen lassen das ist richtig klasse ich habe einen richtig schönen satten raumklang und wenn ich hinten fernseh mit dem tablet dann ist auch das per bluetooth in die in die kenwood anlage mit integriert also ich habe jetzt im grunde alexa tablet rechner und handy über bluetooth auf die anlage geschaltet und das ist genial du hast halt immer ordentlichen sound und musste auch nicht großartig hier rum switchen genau ich lese jetzt gerade mal weiter ingo das ist richtig android auto macht er auch mit usb kabel das usb kabel zeigen auch noch mal her das hängt da unten raus palim palim da ist es und ja was auch noch schön ist die rücksitze sind gut konturiert ich werde da selten sitzen weil ich ja doch ein alleinreisender bin aber ich finde ihn einfach nur nur bombe ich weiß überhaupt keinen kein wort dafür ich weiß und mir wird ja auch immer wieder gesagt der tobi schwärmt immer für alles aber das fahrzeug nutze ich und nach sieben tagen wie gesagt kann ich mir den schnitt schon erlauben und ich werde euch auch weiter auf dem laufenden halten wie es läuft mit dem leben so sieht aber im grunde meine arbeitskonfiguration aus oder meine wohnkonfiguration der computer verschwindet dann im bett inklusive des monitors ich bin in fünf minuten abreise bereit und dann geht es dahin ach das wollte ich euch noch zeigen das ist hier das ladepanel also er lädt jetzt gerade mit 0,2 ampere über die solaranlage rein ich habe hier die fußboden halter und ich habe hier oben den schalter für den rail heater das heißt nach oben gekippt ist frost sicherheit und nach unten ist dann zündung sprich also ich brauche jetzt heißes wasser ganz einfach zu bedienen und gasalarm hat es auch noch das toll und noch eine fernbedienung für den wechselrichter batterien und wechselrichter sind jetzt hier unterm sitz eingebaut ja hier habe ich immer meine ganzen kabel oder mein mein kleingeld fast für sämtliche frischwasserautomaten für die campingplatzgebühren stellplatzgebühren immer wenn du münzen brauchst da hat glaube ich jeder immer so sein fest hier dabei also oder sein 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 vorrat weil da kannst du nie genug haben und ich habe mit sicher etwas vergessen aber wir werden ja noch ganz oft uns hier sehen bzw ich hoffe dass ihr noch ganz oft zuschaut wenn wir hier oder ich euch was zeige aus dem tournee also es gibt jetzt dann richtig was auf die augen wie ich immer so schön sage im nächsten jahr ab 1.3 die homepage ist jetzt aktualisiert ganz tolle partner und auf das thema kommen wir dann jetzt während der free das erste mal mit denen ich im verbund arbeite ihr könnt mich anrufen fragen auto spezifisch beraten und ich sage euch gleich dazu wenn ihr ein auto beim camper tobi kauft dann kauft ihr es nicht bei mir sondern ich vermittle euch einen seriösen händler ich nehme dafür auch kein geld dafür filme ich dann beim händler es soll halt wirklich beratungsintensiv sein und fair sein und ich kann ein bisschen gucken nach dem rechten und da habe ich mir die partner ausgesucht das behalte ich mir immer vor und da komme ich jetzt eigentlich auch zu dem ich hatte letzte woche hier mal einen großen schriftverkehr per kommentar ging das los ja ist alles schön und gut was du machst aber das hat keinen mehrwert und da muss ich dann ganz ehrlich sagen alles das was ich die letzten dreieinhalb jahre tue deutet darauf hin dass es einen sehr großen mehrwert hat weil ich einfach ein schaufenster bin ein showroom der 24 stunden geöffnet ist ich will die menschen mitnehmen auf eine reise durch die ganze campingwelt das hat sich so herauskristallisiert und das war auch von anfang an in meiner startzeit bei steiner vor dreieinhalb jahren schon klar dass es ein verkaufskanal ist und da ist es jetzt eigentlich weniger geworden weil vorher war ich an gewisse marken gebunden habe ab und zu meinen ausflug zu anderen dingen gemacht aber wie gesagt es ist eine aufklärungsarbeit ich sehe das wirklich so ein überblick zu schaffen damit ihr nicht hunderte von kilometer herum fahren müsst dass ihr einfach seht was gibt es neues auf was soll ich achten und das ganze vielleicht mit ein bisschen mit ein bisschen interaktion und entertainment gewürzt dann wird es vielleicht auch nicht langweilig und lieber habe ich jetzt einen langsamen aufbau der abonnenten mit qualitativ oder mit qualität dahinter und das merke ich auch das niveau des des kanals ist einfach das was ich am coolsten finde dass da so viele nette leute dahinter stecken so viele menschen die ich draußen sehe die den daumen hoch machen und den kriegt ihr natürlich auch permanent zurück ich sehe auch schon 34 likes bei der gelegenheit vielen dank dürfte noch mal draufhauen natürlich werden auch die neider mehr das muss man auch ganz klar sagen das ist immer so eine geschichte ja es gibt stocker es gibt neider das ist unglaublich ich hätte nie gedacht dass sich das mit mit so wenigen abonnenten schon so durchzieht wobei abonnenten schnitt hat sich zwar erhöht das sind jetzt 17,1 prozent aller zuschauer die klicks sind immens über die sechs millionen aber das bringt die sache anscheinend mit sich da braucht man ab und zu ein bisschen nerven aber das kann mich nicht kann mich nicht aus der aus der bahn werfen aus der ruhe bringen manchmal schon weil man sich da echt ärgert bevor die leute mal selber was versuchen und was man sich erarbeitet ist dann immer so eine so eine geschichte also das ist das ist schon schade was unsere gesellschaft einfach nur zum meckern hat ja also hier jetzt gehen wir noch mal auf ein paar kommentare ein wenn es euch recht ist und ansonsten ihr könnt ja nachher noch mal kurz gucken wow ein like aufruf kurz gemacht und sonst schon von 30 auf 58 wie cool das ist halt der barometer um zu sehen gefällt es euch ja also ich habe jetzt einen schnitt unfassbar nach hannover von 95,6 prozent gehabt mit zufriedenen zuschauern und das heißt für mich weitermachen weitermachen vollgas geben alles hier rausholen was möglich ist und es gibt es gibt noch so viel also stoff habe ich für ein paar tausend folgen ja ich sehe es jetzt immer durchlaufenden chat ich lese so nebenbei ein bisschen mit aber da kommen wir gleich noch mal dazu gibt ganz viele stammzuschauer wie zum beispiel der knippi karl heinz friedrich knippen wer kann man jetzt beim namen nennen sind ja auch hier per kommentar hinterlegt dem muss ich gleich mal sagen hallo knippi der thomas ist nicht mein bruder aufklären der gemper thomas ist mein bester freund den ich über ein la strada kauf damals bei steiner kennengelernt habe und er unterstützt mich und da bin ich sehr froh dass ihr ihm die chance gibt sich hier zu bewähren natürlich braucht man noch routine und so weiter aber das sind so geschichten die die wachsen im hintergrund und ich hoffe dann dass man ab dem caravansalon hier miteinander gas geben können und das sind so das sind so die sachen die mir im herzen liegen weil das ist alleine dann nicht mehr zu stimmen er spricht hier der knippi auch jetzt von dem von dem thema kannst du denn hier schlafen aber wie gesagt das haben wir jetzt durch es ist auch nicht dass ich das schön rede es ist einfach so also wenn ich mich jetzt hier nicht wohlfühlen würde ich habe keine andere möglichkeit da könnte ich mir ein anderes auto holen aber das will ich gar nicht also erstens will ich den kastenwagenfahrern in anführungszeichen wieder näher kommen dass ich jetzt nicht ja da passt gerade tschuldigung wenn ich unterbreche cnc travel van life ich glaube ihr habt ihr ein tournee und ich habe nur also unglaublich könnte es auch unter den videos lesen tourneefahrer getroffen die absolut voll von ihrem produkt überzeugt sind das ist eine junge marke hat aber schon einiges ausgeliefert und das ist unfassbar wie hier alle ein marken ein markenfable entwickelt haben also da ist man stolz drauf da spricht man gern drüber und ich habe noch niemals von einem kleinen problem gehört ganz ehrlich und selbst wenn es das gäbe weiß ich bei tournee da habe ich nicht nur einen handschlag drauf dass es innerhalb von kürzester zeit behoben ist und wenn ihr ein auto braucht meldet euch oder ein fahrzeug ich habe gute händler für euch an der hand die ich auch jetzt alle noch besuchen werde dann kann man da mit sicherheit was organisieren so dass ihr dann auch im frühjahr losfahren könnt jetzt sage ich mal die lieferzeit wenn wir jetzt im mai liegen wenn man jetzt bestellt wir sehen uns auch auf der free wieder also thema hier camper thomas die nicht vorhandenen hinteren seitenfenster klar die werden öfter kritisiert das hat aber mit der isolierung zu tun ich merke es auch beim schlafen das ist halt warm rausschauen kann ich hinten mich stört es überhaupt nicht schmälert auch nicht den wettbereich ein also von dem her alles gut mitleid kriegst du geschenkt danke das ist so ein geiler spruch und neid musst du dir arbeiten und ich sage euch eins das ist alles erarbeitet hier ist kein abonnent gekauft ganz im gegenteil lieber kicke ich ein wenn ich mir denke hat es einfach nicht gecheckt und halt das ganze in einem überschaubaren rahmen und das soll menscheln die geschichte und ich denke mir das ist das was wir alle miteinander erreicht haben so duschen haben wir auch durch das hat tim clausen hier gesagt da gerade kastenlängen sind doch perfekt zum freistehen wo es einem gefällt absolut richtig luftfederung ist ja wird hier angesprochen obligatorisch ja das schadet natürlich nie könnt ihr auch mal gucken vom auf dem heavy fahrwerk würde ich immer tendieren wenn ich luftfederung mir gönne und das kapital habe dann natürlich vorne und hinten das macht es richtig aus geht natürlich auch leid und im heck hier die luftfederung seiner wahl ich glaube so weit sind sie alle nicht auseinander ob das die alko ist die gibt es als hy2 oder die goldschmidt aber da schwöre ich schon auf goldschmidt und ich bin da nicht gesponsert nein also es gibt natürlich marken die ich favorisiere mit denen ich eine leidenschaftliche verbindung pflege aber käuflich bin ich nicht das thema war ich auch hier von jemanden und hier ist es alles ganz ganz tolle wünsche für die neue zeit in diesem fahrzeug eine knitterfreie fahrt hier wieder mal für die marke floret von reisemobile hartmann ein schöner kommentar und das tolle ist auch die händer ziehen hier mit die kommentieren selber die kümmern sich um diese geschichten dass hier auch was vorwärts geht also das ist einfach eine tolle community und der sinn und zweck den ich von anfang an haben und erreichen wollte ist der dass es transparenter wird dass es das ist einfach das ist einfach und das alles was es zu zeigen gibt auch irgendwo dass es festgehalten wird und von der messe tages aktuell viele videos zu machen und anregungen zu bringen ein bisschen unterhaltung das liegt mir am herzen weil ich diese konserven gar nicht mag das habe ich ja schon oft gesagt und dieses zeitnahe erfassen bin froh dass ich so gemacht habe nicht vor der kamera zu stehen das wird mir jeden tag wieder bestätigt ein bisschen zu schauen dass so eine gewisse privatsphäre auch erhalten bleibt von den partnern von den menschen mit denen ich zu tun habe platz zu machen für das produkt oder für ein schönes gegenlicht motiv wenn man jetzt hier selber da und rum tanzt und verdeckt man doch eigentlich die hälfte und wie gesagt nichts zu schneiden weil nur dann bleibt authentisch und das ist eine schöne geschichte richtig also ein firmenfahrzeug von tournee sehe ich hier noch mal im kommentar das ist ein tournee und das wird auch ein tournee bleiben außer das will ich niemand kaufen hier vom camper tobi dann werde ich das mit sicherheit organisieren das ist klar also der ist in sechs monaten verfügbar und ich werde ihn pflegen wie meinen eigenen oder noch mehr wenn es noch mehr gibt genau tour wie darfst du fahren richtig ich darf es fahren und wie gesagt liebe grüße an meine mittlerweile kumpels da unten den david und die brigitte und dann die die sich hervorragend kümmern wir haben eine tolle kommunikation egal was ansteht da gibt es ein kurzes whatsapp und dann geht schon dahin jetzt seht ihr auch das ist jetzt kurz zeitversetzt das bild das ich jetzt gerade gefilmt habe und jetzt gehe ich hier noch mal durch die kommentare und durch den chat verlauf weil ich möchte noch mal vielen vielen dank sagen dein bild ist sehr schlecht sehe ich jetzt hier gerade gleich zu anfang könnt ihr das mir noch mal schreiben ist es wirklich so schlecht ich sehe es jetzt hier ast rein also das ist jetzt hd das wird mit 720 übertragen und wenn dann kann es man natürlich eine lte leitung liegen hier über den über den hotspot habe zwar alles andere ausgeschaltet aber ich denke da verzeiht die mir ist halt live und wie gesagt schauen wir nachher wenn der upload auch fertig ist mit tv kenne ich noch gar nicht herzlich willkommen auf dem kanal markise ist pflicht ja das sind jetzt von anfang an einmal durchgescrollt andreas engel hallo zusammen bin noch auf der suche nach einem mobil grüße vielen dank gehen natürlich zurück wie kann man denn in dem auto duschen ich schätze ich das schätze das hat sich jetzt mittlerweile erledigt die peperonis hey servus schön dass ihr da seid das freut mich gabi und matze ganz liebe leute ich muss den auch gleich auf der messe sagen dass sie einen coolen job machen ich finde das eine bereicherung von so von von so vielen die den mut haben muss ich hier eine kamera zu nehmen und sich vor die kamera zu stellen oder hinter wie auch immer hauptsache wir bleiben bunt und das leben ist bunt und jeder kann seine erfahrungen seine seine eindrücke hier liefern und ob es einem dann gefällt oder nicht wenn nicht dann kann man ja ausschalten ja gibt es nichts zu kritisieren das kann ich sagen grüße in den caravan park augsburg von mir auch aus augsburg super sehr gut die von ma also die namen sind oft sehr lustig isolierung top kann ich nichts anderes sagen klar auch wenn ich jetzt hier den tournee fahre und auch propagiere das muss ich ganz ehrlich sagen schön reden tue ich dann definitiv nichts sondern ich versuche im normalfall wenig fahrzeuge marken filme das neutral vorzustellen was oft nicht einfach ist weil ich bin kein werter und kein tester und das bild ich mir auch nicht ein und das ist immer sehr anmaßend wenn sich das jemand einbilder ein bildet dass er was testen kann weil er oft keine vergleiche hat brigitte mein liebling aus kitzingen wir haben uns jetzt schon zweimal gesehen liebe grüße an dich und deinen mann es ist total süß euch zu kennen und das ist immer so nett wir beide reden ungefähr gleich viel und haben sehr viel spaß miteinander also das sind so nette geschichten auch hier gegenüber da schauen wir noch mal hin die gucken nämlich zu und hören das also das sind einfach das sind diese säulen es gibt da ganz viele säulen die einen motivieren diesen diesen job so zu machen wie ich ihn mache ja ihr habt eure black edition seit september sagt ruhig einen schönen gruß auch hier will man sich auf der bank hinsetzen lang ausgestreckt ja dann hänge ich den tisch aus gut ist es also ich denke ich nicht dass es ein problem ist manchmal ist es auch so eine geschichte ich denke wir jammern oft auf ganz schön hohem niveau also in sechs meter etwas einzubauen ich glaube man hat hier einen guten schnitt geliefert also absolut nicht nur glauben sondern überzeugt davon ich schätze thomas reinitz sehr schön sehr kompakt bin gespannt wie den elliot durchfällt ja elliot war zwar rot glaube ich der drache oder grün grün und hat feuer gespielt aber wie gesagt elliot glaube ich passt ganz nett denn stefan meyer hallo servus dich kenne ich auch schon vom kommentieren das ist wirklich sehr schade diese meckerer ja wie gesagt man vergönnt sich hier nichts und mega geil trifft vielen dank weitermachen werde ich auf jeden fall also bei den quoten die immer hier beschert bin ich denke ich auch ganz gut dabei und hat und treffe hier schon den nerv und bobby und tour schöne grüße nach norwegen daniel weber also ich sehe große zustimmung und alles gut was köln bayern 35 die minute 0 zu 3 da war ich sauer schöne grüße an paul wolf liebe kundschaft und mittlerweile freund aus der steiner zeit nach schöne grüße in deinen kasten oder an deinen kasten und ich weiß du bist kölner das ist natürlich hart da trifft sich wieder voll und allen anderen die jetzt bundesliga geguckt haben wünsche ich noch einen schönen nachmittag oder viel spaß beim weiter gucken und wir werden uns noch gemütlich hinsetzen oder ein bisschen schnacken und dann machen mittagsschläfchen und ja mal vergessen tue ich eigentlich immer was dazu überlege ich nochmal brennt irgendwas auf der seele ja 100 likes hätten wir noch gern kriegt ihr das hin nein quatsch diese blöde like geschichte aber 85 ist ja auch ein ganz toller schnitt vielen dank fürs einschalten komm bei wichtigen sachen denke ich mir immer danke einmal kurz ins bild und ich hoffe das bild hat jetzt dann wieder einigermaßen gepasst aber ich sehe sie am kontrollen monitor und dann wünsche ich euch aus augsburg eine super geile zeit vielen dank egal wer da oben fürs wetter zuständig ist dass er jetzt noch ein bisschen sonne raus gebracht weil da macht es noch mehr spaß und so ein luftzelt werde ich auch mal testen weil du hier gerade schreibst der mochi ich glaube wir sehen uns auf der free dass man das möchte ich wirklich mal ausgiebig von der firma dorema testen von meinem lieben freund michi haus schöne grüße auch den sehe ich jetzt wieder das ist eine tolle camping community auch mit den händlern mit den herstellern und vor allem mit den campern zusammen ich war in bad walze am platz der platz war drei viertel gefüllt und das ist einfach toll wenn man in jeder freien minute sein mobiles ferienhäuschen nimmt und raus fährt weil es gibt so viel zu erleben da draußen und die camper sind sowieso die geilsten also ich denke mit diesen worten kann man das ganze stehen lassen oder ihr seid extra her gefahren vielen dank echt schön viel spaß in augsburg ich bin einmal weg also nicht hier sondern aus der sicht tschüss likey like ich like euch alle was macht's gut und was geht ab am schluss der blick in den himmel mit dem wetter bericht und es wird richtig scheiße macht's gut tschüss 103 bingo wie geil ist das denn schöne zeit ich wünsche euch was und camper thomas dir vielen dank für deine freundschaft und für die große hilfe die du bist so jetzt aber schluss hier tschüss ich muss jetzt die büchse der pandora öffnen wie hat gestern gesagt die bluse der pamela schöne grüße derjenige weiß was gemeint ist nicht die vermela schluss ist so geil live ist einfach nur cool winke winke ciao ciao